Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal und ja, heute mal wieder ein neues Video für euch am Start. Nick und Doma haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt. An der Stelle, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann auch gerne mal einen Kommi dalassen oder auch die Glocke aktivieren für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. An der Stelle viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns, macht's gut. Haut rein! Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Merkt ihr die Qualität? Oh, kantonal lecker! Oh Gott, 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 wo habt ihr denn fallen gelernt? Ohohohoho! Nein! Ohohoho, nein! Was passiert denn hier? So, Freunde, wir haben hier diese Pack. Seltenes Megapack, ultimatives Pack. Zwei seltene Goldspieler-Pack zweimal. Gemischte Spieler-Pack, das ist eigentlich Schmutz, aber egal. 80 plus, seltener Goldspieler. Zwei seltene Goldspieler, 81 plus, zweimal. 20 mal 84 plus. 20 mal 84 plus. Also insgesamt zweimal. 83 Doppelspieler-Pack. 5 mal 84 plus Spieler. 2 mal 84 plus Spieler. 3 mal 83 plus Spieler. 5 mal 85 plus Spieler. 50 K-Pack, 50 K-Pack, 100 K-Pack, 100 K-Pack. Ne, ist okay. Ist okay. Alles gut, Rekordmeister. Schützig, wenn ihr hier reinkommt. Ja, gut, okay. Von Markus ist auch schon der Ere. Aber ich meinte ja so, stellt euch einfach mal, ich meinte ja am Stream, stellt euch mal vor, man wird so geradet mit so einem mit 2000 oder so, wie heftig das wäre. So, 2 mal 84 plus. Wie findest du Stones Showdown? Ist okay, aber ist jetzt nicht überragend. Tony? Na klar, Tony Cross, Jack, Tony Cross. Der Tony. Und Mandy noch. Monat schon, Wahnsinn, Till. Dankeschön. Danke für den Support. Oh, für Birthday, haben wir es gesagt. Wer ist das? Oh, geil, Alex Tedes. Der ist super. Der ist richtig geil. Nehm ich. Aber wir können, sollen wir jetzt noch eine Wette machen? Chat, habt ihr Bock? Oh, was ist das für ein Pack? Gläubert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Machst du, der Gläubert. Ei, ei, ei. So, und der Carpeck nochmal. Oh, wer ist das? Hi. Hi, Carvec? Ne. Damian. So, jetzt ultimatives Pack. Da ist mindestens 1,84 Plus-Spieler dran. Er ist ein Workout, ne? Oh, Virgil. Geil. Boah. Baba Rating, Chad. Okay, Chad, erstes Pack. Hi, Carvec? Ne, schon wieder, Damian. Buonaventura. Buonaventura. Ne. Das ist 20x84 Plus-Pack. In Form, wer haben wir hier? Benaldom ist das. Viele Workouts. Van Dirk noch. Aber es ist keiner hinter, ne? Also es ist kein Ding. 100k-Spieler, ne? Oder übersehe ich was. Ich habe auf jeden Fall ein Bild-Chat. Da sieht es nicht richtig lost aus. Das hat Frau Juninho von mir gemacht, nach dem Oktoberfest. Warte mal, das kann ich euch mal... Ich weiß nicht, ob ich das finde. Wie sieht dein Team aus, kann ich gleich zeigen, Mackel? Wir gehen gleich rein. Er fokussiert das nicht. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wie fertig ich da aussehe. Das ist bodenlos. Versehen. Kann sein, ne? Walkout. Somit macht es sich zum Abend zum Dunkeln an. Oh nein, MAP! Oh mein Gott! Digga, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Kannst du den gebrauchen, Tony? Bruni. Wayne, Bruni! 1,0! Und da hat der... Pause, 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 Sangemeidit. Und da haben wir das erste Spiel gewonnen. Das ging schnell. 1,0 der WL-Quali. FC Bier. Ist er das wieder? Eben hat er doch auch. Nee, ist er nicht. Gut, so wie hierher. Na klar, ein Papé. 1,0. Drinnen gammelt, ne? 2,0. Wichtig. Vor Karte. Das wäre heftig. Boah. Rooney, Freunde, der hat einen Schuss. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Der hat wirklich einen wahnsinnigen Schuss, ne? Der Rooney. Das ist richtig krank. Ginola ist so geil vorne drin, ne? Ich werde demnächst nochmal ein aktuelles Taktik-Video bringen und dann kann ich da auch die Kontrolle-Einstellung zeigen. Ginola, 2,0. Warum wechselt der den Spieler? Ohne Sinn. Green Time Finish. Er ist doch so klar, Chad. Boah, pass auf. Er ist so krank. Er ist so krank, Chad, ne? Mit einem Mann weniger. Richtig, Ginola. Sehr, sehr wichtig. 7, 3. Ja, Freunde, der WL-Quali läuft. Das war ein paar ausprobieren, Freunde. Ja, mies, nice, glaube ich. So, 5,0 in der WL-Quali. Let's go. Ginchenko würde ich dann links zocken. Aber naja. Oh, du brachdeck. Wieder? Oh, oh, na, na. What's my name? Oh, na, na. What's my name? Borg auf jeden Fall. GG's. Morgen zwei Roster gucken und Sonntag erste. Ich bin, also, ich weiß nicht, entweder gucke ich morgen bei meinem Bruder zu oder ich mach dann auch, denk's, ich mach da auch den Move mit Hansa 2. Er hat schon gar keinen Bock mehr. Er will, er tut jetzt so, als ob er schenkt. Er tut so, als ob er schenkt. 7, 0, Chad. Let's go. Bierkönig. Bierkönig und Hertha BSC Flagge. Ja, bei einigen Problemen habe ich nichts von mitbekommen. Oh, oh, was hat er für ein Team? Ja, dumme, so ist das, wenn man das Spiel spielt. Frech. Brecher. Noch viel frecher. Richtig. 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 Das ist schlecht. Ja. Zum schwache Leitens. anders da sind wir 80 warum bild er so navel quali ich check das nicht er hat mies eingeübt dafür liebe ich sie dann dafür liebe ich sie dann und kreuz manu hätte weniger mit 15 auf tour gehen sollen wer ist denn manu 90 in der wl quali olaf hont in der kiste freundlich wird so schießen die ganze zeit mit lapont in der kiste ich werde nur schießen ist der dumm warum schießt er nicht gleich mit seinem anderen ich sag nächster ist der beste spieler chat nicht im letzten weh ehre nick der wird der hat hier was vor so cool dass er da den ball gewinnt die nola und zwei hoffen aus ich habe endlich ein zack bekommen der gezeigte wer hat jetzt alles ein neues schild auf block zehn siegen auf block war nicht wir mussten uns schon ein bisschen anstrengen orange schnee noch nicht gehört noch nicht oder ist orange das ab mit dir ins stadion woher weißt du das das erste ist richtig orange okay mit vier co-trader plus okay oben haben wir hier ist es wie der karlson nee dieser pedro pedro gonzalez das erste erst vamos dort woher das woher 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 woher